hallo liebe frauen und herzlich willkommen zu meinem neuen video auf meinem kanal minecraft wiki ja worum geht es heute ganz einfach oh der mund geht auf super mal gucken ob gleich ein paar zombies bauen ja was werden wir machen wir werden heute ja gut ich bin ja schön ich werde heute euch zeigen wie ihr euch eine werkbank bauen könnt dafür müssen wir einmal hier ein bisschen auf holz klopfen ist natürlich klar so jetzt haben wir auf holz geklopft dann ja einmal hier tropenholz da rein dann haben wir das dann machen wir die verteilen wir die hier das geht mit dem rechtsklick dann haben wir hier eine werkbank und die werkbank platzieren wir irgendwo wo platzieren wir die genau da mein cooler skin so und jetzt kann man natürlich noch nichts kraften aber das hier ist die werkbank ihr erkennt sie natürlich sofort ich will nicht runterfallen geil hier spawnen gar keine zombies läuft bei mir ja ok ich hab's ausgestellt alter seit wann gibt's bitte halbmond in minecraft ok mein texture pack ist entweder richtig geil oder die haben das neu gemacht na egal auf jeden fall danke fürs zugucken ich bin tot tschüss tschüss